Äh, wie du willst mir Klamotten verkaufen? Kleck drum, lässt dich immer noch als Zahnstocher verwenden, wenn es mit der Rockgitarre nichts wird. Schön. Antikorier, das ist eine Ära. Ziemlich verplatzt, aber nichts für einen Plattenspieler. Ist ein kleines Vermögen wert. Ja, das nehm ich gern. Nudeln halt, genau. Ja, gerne. Wo ist denn schon jetzt hin? Der beste Lehrer, habe ich auch mal geglaubt. Mit T-Shirts? Äh. Äh. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Er ist dein größter Fan. Wollte ich das nicht? Ich habe den Sarka-Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat es also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Du kannst sie nicht zwingen. Schon gar nicht mit Bomben und Explosionen wie damals. Wie denn sonst? Mit Musik? Guck dir den Opa doch an. Er kennt jeden Songtext, aber verstanden hat er nichts. Stattdessen soll er einen Haufen Leute umbringen? Unschuldige Normalos? Vielleicht wollen sie keine Veränderung. Das ist ihre Wahl. Und du willst ihnen was vorschreiben? Vielleicht sind sie auch Idioten, die sich blind stellen. Die müssen endlich aufwachen. Die Frage ist nur, wie. Ja, das ist ein gutes Argument. Mit dir kann ich nicht mehr reden, oder? Nein. Hast du was Interessantes für mich? Du meinst die Shirts hier? Das Samurai 2020 Shirt. Grundsätzlich, äh, das ist schon was wert. Das kostet halt auch nur dreieinhalb tausend. Aber ehrlicherweise, äh, das ist mir das Geld jetzt erstmal nicht wert. Haben wir hier irgendwas noch in der Nähe, was wir spontan an... Äh, nein. Falsche Steuerung. Mal wieder. Da haben wir nochmal eine Tarotkarte. Zwei Mod Slots. Darum dachte ich. Ja, grundsätzlich ja, aber, ähm... Ich weiß noch nicht, ob es Sinn macht, tatsächlich Sachen zu kaufen, weil wir finden ja so oder so alle Nase lang was Besseres. Im Moment. Was mich mehr interessiert ist, äh, sucht er mal eine Panzerrohung. Huh? Wo kommt der denn her? Ist er repariert worden? Das war kurz die Überlegung, lauf ich oder... Äh, fahr ich. Na, Trauma-Team hat auch wieder einen Einsatz. Ich wollte hier schon abbiegen, ich wollte da vorne abbiegen. Ah, natürlich, da unten. Den Weg hätten wir uns sparen können, hätte ich eben mal rumgeflugt. Ah, ah. Und auf Textnachrichten tue ich sowieso nicht beantworten. Also, was haben wir da, ein Fahrzeug zu kaufen, für nur 58.000, na dann. Da ist dann... Bo 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 bo, da ist noch eine Tabo-Karte. Nehmen wir doch noch schnell die. Wenn wir schon mal gerade hier, hier sind, das sieht aus wie in der Sattkasse. Guten Tag, haben Sie was Interessantes? Nur gewöhnliche Komponenten, vielen Dank. Du weißt, dass du den Nachrichten auch Quest sein könnt? Ja, das weiß ich, das ist gut möglich. Ich will jetzt erst mal das Offensichtliche machen und danach können wir die anderen Sachen auch machen. Ich meine, ich bin noch lange nicht hier durch, also von daher. Ich brauche ja auch noch was für die anderen Sessions. Ich glaube, Cyberpunk ist so eine Sache, die wird uns lange noch verfolgen. Genauso wie der Star Wars, was wir morgen spielen. Also von daher, auch das wird uns noch lange verfolgen. Und manchmal braucht man zwischen den Schiffen und vor법 die anderen Sachen einfach feststellen. eine Bar. Zwischen den Sachen einfach nochmal zwei, drei andere Sachen. Ach, Beedon und Brad. Nein, da will ich nicht hin. Lösch den Punkt. Lösch den Punkt. Ist okay. Hab ich da gerade einen Überfall gesehen? Ja. Was seid ihr für nicht wirklich großartig. 1C5 höher als RC. Gut. Da hinten steht auch noch einer. Ich weiß. So, ich hoffe, das war eine Schießerei für dich. Es waren ein paar mehr Hansel als zwei. Archiviertes Gespräch. Moor und Quincy. Unser Meid im Medcenter knickt ein. Er sagt noch ein Ding und dann ist er raus. Kriegt kalte Füße. Nicht gut. Wir können mehr Druck machen. Vielleicht ändert er seine Meinung. Nein, den können wir nicht mehr gebrauchen, wenn er jetzt schon die Hasen voll hat. Wenn er jetzt schon die Hasen voll hat. Können wir ihm nicht vertrauen. Wenn ihn irgendeiner in den Mangel nimmt, wird er reden. Schnapp ihn dir und beseitige ihn. Bloß keine Spuren hinterlassen, die zu uns führen. Alles klar. Wir nähern uns so langsam. Okay. Die hätte ich gerne noch nachladen. Dann können wir sie wieder wegstecken. Oh. Zeug. Ich mag es, wenn ich Zeug mitnehmen kann. Zeug ist toll. Ich frage mich, ob es eine maximale Menge an Munition gibt, die ich mitnehmen kann. Aber ich hoffe nicht. Oh, bei Alice. Sehr schön. Ah, kalte Pizza. Was willst du denn von mir? Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh, oh. Hab ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Die Söldnerin, auf die man sich verlassen kann. So eine brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Ja, Straßenrennen, das ist genau mein Ding. Arroyo, Valley Street. Wimst, kann man nicht verfehlen. Alles klar, ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Will nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann Claire. Mehr Zeug. Und ich versuche einfach hin und wieder mal ein bisschen Mission zu machen, dann ein bisschen Lebenmission, dann einfach mal ein bisschen entdecken. Was man halt so macht. 1C, BD, 1C. Das ist einfach. Vor allem, weil hier nirgends mal 1C, BD als erstes funktioniert. Na ja, dann. Ja. Leber schön in die Leber schießen, das ist kritisch. Den guten Jugger mitnehmen, auf jeden Fall. Okay. Ja, ja, wir nähern uns zu langsam. Ich habe es schon wieder gelesen. Den kann ich nicht öffnen. Ich vermute mal in die Klinik komm ich so nicht einfach rein. Welche Hauptmissionen hast du denn gerade? Begib dich zur Kapelle, warte bis Takebura dich nach einem Tag anruft und kehre mit 50.000 zu York zurück. Das sind die drei Hauptmissionen, die ich gerade habe. Aber ich wollte da unten zur Nebenmission. Komm her, Plötzel. Ich brauche dich, liebes Motorrad. Ich könnte nämlich 200 Meter weit laufen oder ich fahre einfach. Perfekt eingeparkt. Hey, du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Kriegst auch Geld! Kommt drauf an. Es ist dein Problem. Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine kranken Akte? Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist eins meiner Implantate. Zufrieden? Hilfst du mir jetzt oder was? Naja, wohl nicht. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Zum Auto! Schnell! Ja, kommst du jetzt, Mann, oder nicht? Garantiert befriedigend! Stand drauf! Lass mich raten. Mr. Stutt-Modell XCV19? Ja! Woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Perfekte Modellreihe wurde zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! Danke, dass du mich nicht auslässt. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. Weg dich! War ja klar. Ah! Fahr einfach! Nieze sie um! Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool! Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Ja, ich hab noch keinen einzigen Ufer gebaut. Hat mir mein Hauptfohl hochgesagt? Hat ihr scheinbar nicht gereicht? Ah! Verdammt, du Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie Scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken! Dann leide still, hat Schum. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Ich wünschte, die Linie würde nicht erdauert neu rumhüpfen. Dass man einfach mal sagen kann, okay, ich weiß, wo ich da vorne abbiegen muss. Schneller! Schneller! Ja, wir sind da. Okay, wir sind... Im Teil später! Ich ruf dich an! Aber... Das tut so verfickt wie Scheiße! Lauf dir doch ein bisschen hin und lach dir hinaus. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha, ja. Ja, meine Empfehlung und noch eine Rogue-Mission machen, wenn du die Credits hast und dann noch eine Nebenmission und alles andere, bis nichts mehr da ist und dann erst wieder auch Missionen. Aber es liegt an dir. Okay, ich werde es mal fürs nächste Mal irgendwie mit eingucken. Ja, ich darf jetzt nicht mehr rein, oder was? Ja, gut. Äh, wenn wir hier schon sind. Ach, was haben wir denn da? Ein Verdacht auf ein organisiertes Verbrechen. Hm? Slaughterhouse-Jerky. Nein. Mein Lieblings-Jerky. Der Herr war ja bis hier. Alter. Ja, wir haben den bitte schön ausgehalten, während der im Auto saß. Und ja, grundsätzlich hast du recht, es liegt bei mir, was auch immer ich tue. Ich glaube, der ist ein Verbrecher. Das sind sechs Stück, ne, fünf Stück, das passt. 55 BD1C, BD55. Das ist ja. Let's go. Und das ist ja. Da ist ja nicht wahrscheinlich. Was ist ja noch house, da muss ich dir? Aber also, da muss ich denn auch, wenn ich Sie sich nicht hier nicht machen. Und das ist ja nicht, wenn ich hier nicht kreise, weil ich hier nicht in der Videobeschien bin. Naja, holen wir mal die Waffen lieber raus. Sind da nicht noch welche? Feindlich aber reichlich, würde überhaupt ein Ja. No, eins. No, eins.